Und zwar, da sind wir beim nächsten Secret Lair. Und zwar habe ich das zugeschickt bekommen von einem befreundeten Local Game Store. Vielen Dank an dieser Stelle. Möchte nicht genannt werden. Ich würde Werbung machen. Kein Problem. Möchte nicht genannt werden. Wird nicht genannt. Und zwar dieses Calling All Hydro Heads. Calling All Hydro Heads, Traditional Full Edition, ist dieses Secret Lair, das die VPN-Stores aktuell zugeschickt bekommen haben. Und ganz, ganz viel rumliegen haben, weil niemand dieses Ding haben will. Thank you for being part of Secret Lair. Dann haben wir eine lila. Dieses Farmspiel verstehe ich nicht. Dann haben wir wunderschöne Secret Lair-Karten, die man alle wunderschön lesen kann. Und es wäre ja voll schade, wenn solche Karten auch irgendwie im regulären Booster zu finden wären. Nicht wahr, Herr der Ringe? So, gucken wir uns an, was wir haben. Wir haben Gargos, Witches, Watcher. Ich habe keine Ahnung. Ich glaube, die kosten 6 Mana, 8, 7. Kostet 6 Mana, 8, 7. Mit Wachsamkeit und Hydra-Spells kosten 4 weniger. Ich kenne die Karte nicht mehr. Ich kenne die weder so noch anders. Das Foiling ist okayisch, ist ein normales Foiling. Das Artwork ist halt, ja, sieht nice aus. Von Cat Dirty. So, dann haben wir eine Primordial Hydra. Die habe ich, glaube ich, mal gespielt, kann das sein? Ne, kenne ich nicht. Verdoppelt irgendwie die Marken offensichtlich. Sieht aber auch richtig cool aus. Dann, Unbound Flourishing. Das ist ein Enchantment. Wenn man Spawner-Cross mit X bezahlt, kann man die doppelten Plus-1-1-Marken, glaube ich, benutzen oder so. Auch echt cool. Also, die Artworks sind schon hübsch. Man muss natürlich auf diesen Stil stehen, der 70er, 80er Jahre. Aber die Artworks sind schon hübsch. Dann haben wir Hydra-Crasis. Das ist natürlich für jeden, der Ruck-Foodchain spielt, wovon es 1.000 Spieler gibt, mindestens, eine Megakarte. Dass die hier drin ist, ist natürlich der Hammer. Ist eine sehr coole Karte. Sieht aber auch sehr ... Ja, also, ein paar der Artworks sind sehr fragwürdig. Ich finde auch die hier sehr fragwürdig mit diesen Hydra-Köpfen, die ... Ja. Man muss drauf stehen, glaube ich. Und dann haben wir Zaxra, das Exemplar für 6-Mana-2-3 oder 4-Mana-2-3. Ich glaube, es sind 4-Mana-2-3 oder 6-Mana-2-3. Ihr könnt es mir in den Kommentaren schreiben, ich habe keine Ahnung. Noch eine legendäre Kreatur in Bugfarben. Auch mit Plus-1-Plus-1-Marken und Hydren. Und Hydra. Das ist ein Token, richtig? Ein XX-Token. Steht XX und sonst kein Effekt. Oder ist es ... Gibt es eine ... Also ... Ich bin verwirrt. Merkt man vielleicht. Es sieht wild aus. Die Leute, die drauf stehen, gönnt euch. Ich finde es sehr wild. Und wir haben drunter einen Shadow-Slyver. 3-Mana-1-1. Alle Slyver haben Shadow. Den kann ich lesen. Den kann ich mir angucken. Das finde ich, finde ich, finde ich wild. Das finde ich wirklich wild. Muss sagen ... Boah. Habe ich schon anderes gesehen. Habe ich schon besseres gesehen. Aber wer Hydras mag, wer den Stil mag, gönnt euch. Ich müsste gefühlt in jedem Local-Game-Store noch mindestens 20 Stück verfügbar sein. Weil, wie gesagt, so viele Leute wollen das nicht. Ich find's ganz cool. Ich fand's auch cool, das mal anzugucken, mal zu öffnen. Sind lustige Karten. Das ist so klassisch Stilket-Layer. Schade, dass es von den Local-Game-Stores abhängt. Naja, egal. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Wenn ja, Video Daumen nach oben geben. Abonnieren. Eltern, Muttern und Kindern Bescheid sagen, dass ich Videos mache. Und ansonsten könnt ihr, wenn ihr mich finanziell unterstützen wollt, gerne mal unten in der Videobeschreibung schauen. Das ist Patron und Instagram und Twitter. Entschuldigung, X und Facebook und Threads. Und Blue Sky und alles Mögliche. Könnt ihr mir auch folgen, wenn ihr das gratis machen wollt. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis dahin. Hablexit. Ciao, ciao. Ciao.